Hey Leute, es ist soweit. Wir spielen das Spiel, vor dem ich und Finn uns total freuen. Wir spielen Outlast. Ja, ob wir Whistleblower auch machen, das werden wir sehen. Wir machen jetzt mal das Normale. Ja, wir schnappen uns wieder mal aus. Wer als erstes drankommt, bitte. Schum, schum. Schum, schum. Okay, ich bin tot eigentlich. Darst du nicht? Nee, warte mal. Darst du gerade gewonnen, oder? Nein, nein, Darst du gerade gewonnen? Das bedeutet... Xing, Shang, Schum. Ja, du bist voll und du bist als erstes. Oh, danke Gott. Ich störe schon mal auf neues Spiel für dich. Ja, okay. Wir machen aber normal, oder? Wir machen es schwierig. Schwierig. Nein! Normal. Du bist normal, bitte. Du bist normal, oder? Nee, fast. Du bist normal, oder? Du bist normal, oder? Du bist normal, oder? Du bist normal, oder? Ja, weißt du auch eh, da sind so nackte Typen. Ach so, ja, ja. Aber ich weiß nicht, wo das sexuell ist. Jetzt noch. Nichts muss sein. Nein, noch nicht. Doch, doch, wir nehmen uns. Ach so, ja, ich bin der Letzter. Ja, aber wir nehmen ja der Part. Der Part muss ja die Länge haben. Was geht's? Wir nehmen ja jetzt schon die Länge. Das heißt, ich bin der Letzte von uns. Erst der Finn, dann du und dann ich. Ja? Ich bin der Letzte von uns. 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 Ja, wir können euch das LP... Ich guck mal nicht auf die Straße. ...nur in HD bringen. Ich bin der Letzte von uns. Ich bin der Letzte von uns. Ich bin der Letzte von uns. Und die Kamera muss ein bisschen, die Empfindlichkeit muss da gerade ein bisschen zubere. Weil das ist ein bisschen scheiße. Ach so, warte, das nervt sich auch hier. Geht das so? Ist genug Platz? Jaaa. Ja, das ist... Das ist einfach. Warte, das braucht mal die Technik, das kann ich auch nicht auf der Stelle stellen, falls es dich nervt. Bist du auch gerade so in deinem happy place? Was? Right now, yes. Mhm. Und wie sieht es in 18 Minuten und 50 Sekunden aus? Not anymore. Sobald du in die Anstalt kommst, beginnt für uns der Albtraum. Ja, auch hier gilt wieder, wer Lust hat, kann lesen. Das ist aber dieses Mal alles auf Deutsch, also yay. So for all the guys don't know any English, fuck you. Du schaust. Ja. Press. Ich finde den Nachtmodus so geil, ich weiß nicht, wie so sieht richtig geil aus. Der war nur nachts, wenn der vorliegt, bis zum Blenden, bis zum Aus. Ja, ja, das ist natürlich klar, ja, aber sonst wäre es ja auch sinnlos. Was I would say, das ist... Neue Stil, um besuchen die Nerven. Da hast du Mount Massive. Mount Massive. Mount Massive. Warte, drücke, linke Maus, um die Tür schnell zu öffnen. Rechte Maus, das du mit ihm bereit zu machen. Und wir können nicht... Drück mal. Oh, das Blur ist gut. Gut gemacht, so. Drück mal. Ja, jetzt geh, ich kann es nicht so machen. Du hast das Schreie gehört. Ne, das muss aber gehen. Türen zu machen, weil das brauchst du sie. Also das finde ich dann ist noch okay, das zu mir. Ne, dann lese ich es vor. Mir wird schon schlecht, wenn ich mir diesen Ort noch anschaue. Nervenheileinstalt Mount Massive, die 1971 im Zuge eines Skandals unter der Geheimhaltung der Regierung geschlossen und 2009 von Merckhoff Psychiatric Systems unter dem Deckmantel einer Wohlfahrtsorganisation wieder geöffnet wurde. Das Mobilfunknetz brach abrupt eine Meile vorher ab, vermutlich eher ein Störsender als ein verlorenes Signal. Die Merckhoff Corporation hat eine lange Tradition, ausbeuterischen Profit als Wohltätigkeitsarbeit zu tarnen, aber niemals auf amerikanischem Boden. Was sie auch immer auf diesen Ort herausschlagen wollen, es muss groß sein. Vielleicht endlich die Story, die in das Genick bricht. Oder eher uns. Oder man muss Türen zu schließen, das wirst du ganz sicher brauchen. Ja, 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 aber hier kommt das Wort. Ja, 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 aber hier kommt das Wort. anna und hier beginnst die Fahnen hier beginnst ja natürlich kennen wir ein bisschen was das ist so ist es nicht aber ich sage euch was also falls ihr uns ein Nischelpick zu Outlast ist ne andere Liga völlig ungelegal wenn es uns geht hit the music already klärt das okay nekau ist schilder das sind ein Held jetzt ist ja noch okay aber sobald du in das Haus geht es beginnt der Spaß und zwar jetzt und das aufgrund das genau das ich finde es ist so geil das ist gut aus jeder keine Ahnung und das ist es der Faktor leicht und so ein Buhmlich das Faktor ja wie machst du die Tür zu probieren das Stück Linke einfach nur links und das tut okay da gehe ich nicht rein geht du musst da gehe ich nicht rein Jo Fernseher aber schau vielleicht findest du auch Zettel das hat einen geschreckt das hat nicht damals im Letzt Player schreckt ja es war voraussebar eigentlich ich finde nicht man kann man kann ich auch langsam ich glaube kann und so einfach nur noch so einfach nur ein und dann musst du die drücken und die drücken das erweitert für er mit Sitz und dem Blut wo er saßen ob es war not so kompetentieren j nicht weil dies lesen wollen weil es lesen wollen da steht eigentlich ist die müssen nur so die Erkunftsdienste und abzielen oder so die Erkrankung um bei uns hier ist der das zu einem Erkrankungsgebiet und sich selbst auf die Erkrankung Oder vielleicht nochmal, damit er es wirklich macht. Wie gesagt, I never played this game. Ich spinne das. LP ist gesehen, ja, aber nie gespielt. Why did I love this part? Mutsch. Im echten Game habe ich das richtig gescaert, als er damals, als ich das LP geguckt habe. Ich scheiße, ich bin weg. Ja, mich hat es richtig gescaert. Warte, film das, das solltest du sogar für. Das ist in Englisch. Ich soll es nachgerufen machen. Ja, es ist hier schon vorbei. Vor allem, wie es keine Duntertitel hat, das ist ein bisschen zu dunkel, ich glaube, für die Zuschauer muss man das so machen. Ja, klar. Wir müssen halt auch auf die Batalin auf. Just, just, go, fuck this guy, just move your ace. WTF?! Ja, die Stelle kann ich nicht mehr, deswegen natürlich. Seems legit. Ja, für einen Seems legit, die so heißt es. Also Seems legit, der ist da hinten in die Tür reingegangen und dann war dann BOOM! Ja. Woah. Kado. I'm not a Kado, like you. Wir müssen Untertitel einstellen, wirklich. Man. We don't need, no, any Untertitel. Wobei, Untertitel, ist gut für andere. Swing me for you. You have a calling. Ja, wir machen gleich Untertitel einstellen. Ja, sobald wir wieder können. Noch nicht. Doch, jetzt. Dann machen wir. Optionen. Untertitel einstellen. Ja, richtig. Nein, nein, nein. Ja, stimmt. Also, jetzt sollte das funktionieren. Well, Samplatte, ja. Man muss halt schon, ja klar. Man muss halt auch sagen, das Spiel ist halt, ah, schaut. Das ist ein Titel, Leute. Hm. Na, zwar kommt vielleicht schon ein Mord. Bitte, für alle, die es interessiert. Die sind aber ganz interessant, weil ich habe ja das irgendwie damals, Schleichwerbung von Kronka angesehen. Der hat das immer vorgelesen oder so. Das war ganz interessant, also es ist schon interessant. Er kann auch gut vorlesen. Ja, das ist es ja, das hat ihn verlassen. Oh, das wollte ich nicht. Sorry, Bro. oder es ist ein bisschen weiter ich glaube du kannst er noch nicht runter du musst da jetzt drüben das ist ein Schiff ich hab's doch gesagt da, Security, ach, Online Security Card wo war der noch mal? ich glaub unten, ne? nein, unten kann man noch nicht hin das weiß ich, du kannst das nachher das musst du nicht machen, ich glaub es ist hell genug Don't use batteries wir müssen unbedingt alles durchsuchen, wegen Batterien ohne Batterien sind wir richtig im Arsch das ist auch ein guter Faktor, es ist wie mit Amnesia wie mit Amnesia wie mit Amnesia angeblich sind wir zum Notizblock gekommen ich bin drin überall Leichen Verbrennungen Köpfe aufgereiht wie Flaschen in einer Bar Tote Murkoff Wissenschaftler hängen von der Decke auf ihren Namensschildern steht Murkoff Advanced Research Systems Murkoff hat seit langem aus angeblichen Wohltätigkeitsprojekten Profit geschlagen bescheißt die dritte Welt und scheffelt eine weitere Milliarde wie oft Murkoff Geld mit einem Haus voller Verrückte machen wie wollte sorry ein Mitglied einer Art Spezialeinheit wurde aufgespießt wie ein Schwein erzählt mir ich soll hier verdammt nochmal verschwinden und stirbt dann das hätte ich wissen sollen als ich noch auf dem Weg raus konnte denn ich reingekommen bin Wohlfuck wir müssen echt alles durchschicken wegen der Batterie oh fuck ja jetzt brauchst du warte ok turn around right side no 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 was ist denn hier nope hinter dir war nicht viel oder da war ich schon drunter so sorry da das ist jetzt zuhören vielleicht sollen wir doch machen obwohl ja was ist damit das ist ein Rollstuhl doch oder ne ja aber du musst dir im Weg ne da nicht ich glaube anders es hieß doch Fall und ja ja das bringt aber nichts weil du musst das das öffnet sich später wenn ich hier geht zurück ich glaube ich weiß noch wie das war da und jetzt hier rein und da rüber 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 nein 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 genau und da drin ich meine ja so war es oh das ist versperrt damit aber da muss noch mal eine Tür sein ja da na ne das ist doch keine Tür da such mal da gibt es sich irgendwo auch Elektronik da muss noch Batterien geben oh also Monster hm ich würde das Spiel zu hassen wenn es zu Jumpscares gibt wo die Leichen aufwachen oh ich hasse das ne wo war denn das welche Spiele hatten das immer gehabt ja eh The Forest hat das doch auch die lenkt sich dann immer hin und dann warten sie und dann gehen sie wieder hoch auf einmal ja aber das kann Jumpscare ja eh nicht aber ja es gab Spiele die auch das als Jumpscares warte ich immer schnell gucken was ist hier hier ist das und da ist eine Batterie eigentlich hier das weiß ich genau hier hinten wie es klickt der J ja sofort oder das ist ein PC vielleicht die Mülleimer da da ne hier nicht ich meine richtig um ne ne nicht da raus zurück hm ja da genau da unter dem PC ist ein Mülleimer just saying könnte ja da sein nicht da unten mein Gott da ah ok ne schade ok jetzt kannst du die auch drücken weil unsere Batterie gelangt würde ich nicht dauern erst nur Dokumente für alle die sich interessiert für alle die sich interessiert auf der Seite hast du schon mitgebracht warte mal unsere Batterie so was oh Q und E gedrückt um dich zur Seite zu lesen das ist kein Laus an mir schon oh also so aber wie gesagt suchbarte Batteries so lange der Typ hier noch schläft weißt du hm ich glaube es gab Batterien hinter denen film das mal wow best program man so das ist vielleicht film ja die Audience ne das nicht nicht im Nachtmodus ja ja recht weil jetzt nämlich Punkt ja eine Reihe gebrochener Männer start auf einen leeren Fernseher sie sehen aus wie Patienten sie haben überlebt was hier geschehen ist aber sie sind nur noch eine Hülle ne da sind auch keine ach dann kannst du crouchen ne da nicht ich meine ah warum machst du immer das Licht an weil ich es nicht sehe oh was ist das vielleicht hat er eine Karte ja er hat sie Aber schau mal auf die Batterie. Fuck, Alter, wir haben jetzt schon Stress mit Batterien. Was geht denn jetzt ab? Das ist doch normal. Oh, das ist was passiert, wenn Idioten das Spiel spielen. Dann muss ich wahrscheinlich viel mehr Zeit nehmen. Wir werden ja auch, das wird sicher ein langes LB, das kann ich jetzt schon sagen. Oh wow, und das ist der Part, den ich sooo much liebe. Much? Ah, immer wieder! Das hat mich trotzdem ein bisschen entschuldigt. Das hat mich trotzdem ein bisschen erwischt. Ich weiß dann nicht ganz genau, in welchem Moment das ist. Ja. Ich wusste nur, er springt mich an. Ich wusste nicht wahr. Mich ärgert das so, dass wir noch keine Batterie haben. Wir benutzen halt jetzt... Ich glaube im anderen Raum das. Ja, ja, wir müssen jeden Raum durchsuchen. Wir brauchen Batterien. Ich kann mich nicht durch. Ich kann mich auch dafür... Was ist damit? Ach so, das ist das Feld da! Ja. Was muss man da? Ich sehe nichts. Ja. Du brauchst nichts. Oh mein. Ja. Geht doch. Ehrung nachzuladen. Mach mal. Noch nicht. Noch haben wir Batterienpaar. Bis zum letzten Kröpfchen ausnutzen. Ja. Oh, das ist auch ein Gottesperiod. Der Job doch. Ach so. Noch haben wir Batterienpaar. Geil laufen die Fuß. Bitte da bleiben. Ich mag es. Ich mag es. Nach hinten schauen. Während im Laufe... Das ist auch interessant. Finally. Piep. Das ist brillant. Okay. Jetzt muss ich kurz wissen, wie das geht. Oh, ganz normal. Ausgehen kann man ausgehen. Ja. Warte. Film das mal. Film das mal. Film das mal. Film das mal. Film? Oh. Normalerweise sollen wir zu was filmen, aber einfach. Schau. Was gibt es wieder allein? Ach. Der hat ein Security System. Wow. Das geht so fast. Oh damn. Please. Just leave the handle. Warte. Yay. Start die... Ja genau. Weil hier kommt jetzt... Ah, ist es in den Cheese Tits, der jetzt kommt? Ja. Es sind so viele Cheese Tits, der jetzt kommt. Sch. 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 Fuck. Oh, fuck. Ich liebe das so hart. Eigentlich kann man jetzt schon rausspringen. Ja, ja. Aber ich hasse das so hart, wenn der... Ich hasse das, wenn der nicht so weit durch ist. ist das so hart. Ich... Ich... ... ... ... ... Und... ... ... Okay, then let's get there. Just run! Don't do it! Ah, you fucked me serious right now. Wohin? Da, du. Zum Keller willst du. Da, 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 mach das dich dann. Ah, ja, hier runter. Oh, du bist ganz gefahren als je. Jetzt solltest du lange nicht die Bataliere eingehen. Okay. Wie viel, wie viel tut das aufhören? Was ist das hier? Das ist nach vorne. Nice. Confidential. J. Okay, nix hier. J. Ja, super. Ich meine nur, du wirst nicht immer. Manche möchten das haben. Okay, here you go. Oh. Oh, hier ist schon Wasser. Oh, das ist... Ah, das ist dieser Part. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Was macht man mit Schiff wieder? Ja. Ja. I fucking hate it. Please be faster. Ja, ich krieg den Part. Natürlich. Warum denn auch nicht? Oh. Ja, ich krieg den Part. Ja, ich krieg den Part. Ja. Ich krieg den Part. Ja. Ich krieg den Part. Ich krieg den Part. Ich krieg den Kram. Das ist so fucking intensiv. Was? Ja, nein. Er freut mich gestern auf Outlast. Ja, weh, na. Wir sehen uns im nächsten Teil. Bis dahin. Ciao. Ciao. WTF? Oh mein Gott.